Und Klinsmann, er kommt nicht an den Ball. Mario Reiter, wie gesagt, 4 zu 0. Das Eigentor. So, und jetzt noch einmal Anschauungsunterricht mit dem Thema, die Einladung zum Torschuss und seine Folgen, vorgeführt von Christian Ziege. So einfach wird es dem Bayern heute gemacht. Sie spielten allerdings auch mit tollem Rhythmus, mit viel Kombinationsgabe im Mittelfeld. Aber Thomas Gill, wie gesagt, auch an diesem Treffer war eher nicht schuldlos und deshalb dürfen sie sich jetzt nicht die Reaktion der Bayern Bank entgehen lassen. Erstens Giovanni Trapattoni. Porca miseria, so einfach möchte ich es immer haben. Klaus Augenthaler, kommen die jetzt jede Woche nach München, wäre nicht schlecht und Uli Hoeneß, Freude pur. Doch auch weiter drüben auf der Bank, da tat sich was. Thomas Strunz in der Rolle von Thomas Gill. Wo ist der Ball? Und da will Mehmet Scholl natürlich nicht nachstehen. Nein, so hat es der Gill gemacht.